was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute den ls 15 auf der map volksräume zusammen mit dem toto dem marco und den sonny hallo hallo servus so ich jetzt mal ein bisschen stuhl und ich versuche jetzt das ding mal bis zum anschlag voll zu laden hier feld ist noch nicht fertig knapp doch mal bescheid wenn die felder fertig sind ja muss mal hier aus dem panzer raus ja stimmt du machst auch seit keine ahnung wie lang nix anders oder hier folgen kann das sein ja könnte kommt hin und davor haben wir es ja mit der hand gefällt ja stimmt hier kannst du aber schon mal den drescher schwingen ist oben nur eine ecke am feld von unten das feld ist glaube ich schon fertig nochmal in den dringen schwingen sagt der marco ach so ja ja ich habe noch genug zu tun da liegen noch genug stämme rum wenn es gleich schweißte wenn was wenn es gleich schweißte ja ja ich habe noch die nächsten folgen genug zu tun was machst du gerade marco immer noch gras einsammeln ok ich muss mir nur mal eine neue fläche suchen ich habe schon alles abgemäht wie lasst du denn jetzt schon im lager beim das silo habe ich schon verdichtet und zugedeckt den rest wollte ich jetzt nochmal ins lager fahren ja tust du direkt in den mixfeeder ne ich bin gerade dabei schon stroh rein zu schmeißen ja und die zeit für der unterstellen äh ja DLA ist das der mixfeeder ja ah ok diese störung was du gerade sagtest ob das der mixfeeder wäre so ja wenn du noch ein traktor frei ne aus ein drückter mit hänger zum abladen ich glaube da müssen wir uns noch mal einen neuen kaufen weil ich brauch den dolz jetzt hier auch erst mal tankstelle war am hofen ja 13 gerste los hänge hallo woran hängt er denn hier warum stumpf am sägeweg selbst ach so war vorhin ja beim händler ja da stehen noch zwei hänger warum wenn ich nicht verkauft weil ich das letzte mal nur dahingestellt hatte ach so aber wenn wir noch einen hänger brauchen können wir davon ja ein behalten ja behalten wir jetzt da wir ja den mod drauf haben dass das gebeizte saatgut auch in normale hänger geht dann behalten wir den kleinen dann nehmen wir den großen hier zum abtanken und so ein scheiß das ist mal ob es jetzt funktioniert ja der tut auf jeden fall jetzt schon in den jobskin das stroh laden was er beim letzten mal nicht gemacht hat deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus dass klappt ich komme nicht sofort abtanken toto ich bringe eben das saatgut ins lager ja ja Ach, Scheiße. Was denn? Was ist denn los? Ach, okay. Ich wollte mal nach meinem Trecker gucken. Aber den haben wir ja nicht hier drin. Welches Feld stehst du jetzt? 24? Ja. Welcher wäre denn dein Trecker? DCB. So, okay. Warum haben wir den nicht drin? Weil wir die DLCs. Ach so. Die haben wir noch deaktiviert. Ja. Ich lass mal ein bisschen flüssig Dinger holen für den Seedmaster noch. Hattest du jetzt deine Frontladergabel, Palettengabel, wie auch immer, gekauft für die Holzstämme am Sägewerk? Nö. Okay. Kann ich auch machen, weil ich auch eine Frontladerkonsole habe. Ja, mach das mal. Flüssig Dinger kriege ich unten nur beim Dingern. Das kann ich hier nirgendwo holen. Am Hof oder so. Ne. Ne. Ich weiß es immer. Jetzt kommt der. Alles klar. Freezy. Und jetzt noch hupen, weißt du, kommt mit 300 km den Berg runter geprellert und dann noch hupen, ey. Und mich Raudi nennen. Kommt den Berg nicht hoch, dann fährt mit 10 km den Berg hoch. Wo ist denn das Gartencenter eigentlich? Bei Thun. Beim Baumarkt, bei dem Sägewerk. Ah ok, ist klar. Wie lange braucht die Silage noch? Noch lange, weil wir die Zeit wieder runtergenommen haben. Kann man in der Drive-Control die Allrad-Sachen-Geschichten und so irgendwie rausnehmen? Äh, Shift links und 4, 5, 6. Alles klar, danke. Jo. Wollen wir es hier rausnehmen? Hast du weniger Power? Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kam den Berg gar nicht mehr hoch. So? 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 So, so? 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 Ich fahre schon zum Anhänger hin. Die Tankstelle am Hof ist leer, heißt also ich muss zu einer anderen Tankstelle fahren, richtig ne? Ja. Wo ist die? Beim Händler, muss seine sein. Ja. Ja. Der Händler ist da beim, ja da ist klar, ob ich da noch hinkomme. Du schaffst das, wir glauben da ganz fest an dich. Ich noch nicht, ich habe nämlich nur noch 10 Liter. Ach gesehen. Kannst du fünfmal Holz wegbringen? Und dich zweimal verfahren. Du hast nur vier Liter. Ich bin gespannt, ob das klappt. Händler macht den Motor aus und lass ihn rolle. Ja. Ja, aber Licht. Ja. 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 hast welchen hänger von den beiden sollte ich jetzt mitnehmen also welchen wollten wir nicht verkaufen und welchen wollten verkaufen von fsm verkaufen und den anderen behalten bei den akkuliner den drehschemel also behalten ja 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 warst du schon am sägewerk und hast das brennstoff wieder nachgefüllt oder soll ich das nur tun ja mach du mal du hast jetzt einen hänger ich habe jetzt einen hänger den habe ich jetzt mitgenommen ich habe den holzhänger zwar stehen lassen am hof aber macht das mal bin auf dem weg so meine lieben freunde wir sind doch am ende angekommen wenn es euch gefallen hat lassen like da schaut zur nächsten folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten mal haut rein